Guten Morgen Internet. Willkommen zum Flashback. Ohne Mr. Trashpack. Wow! Nices Ding auf jeden Fall. Ich spitte die Rhymes. Leute, die ganzen Videos der Woche könnt ihr natürlich hier nochmal sehen. Und eine kurze Zusammenfassung davon haben wir euch natürlich wie immer fertig gemacht. Sitzt das gerne mal aus, weil das ist echt wertvoll. Und danach erzählen wir hierzu was. Sollen wir mal eine Eispizza machen? Hinde! 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 Angebrachte Reaktion auf Eiskitze. Hinde! Hinde! Eins, ob das schon wieder der Eifel-Turm ist! Wenn ich sehe, dass ihr abschreibt, dann gibt es ein Buch... Nein! Hallo! Da muss ich ein Buch dazu schleppen. Ihr braucht ne Mauer. Dabei gehört ein Komma. Ich wollte nur helfen. Dieses Klo spritzt Pisse, Teil 2. Dieses Klo spritzt Pisse, Teil 2. Also. Boah, das kommt mir so bekannt vor. Boah, das letzte hat mich gekillt. Das letzte hat mich richtig krass gekillt. Ha, das war ja wieder lustig die Woche. Übel krass. Ich bin kaum klar gekommen. Jetzt für unsere zehn Gewinner natürlich. Die werden jetzt hier nochmal schön eingeblendet, die diese wunderbaren Guten Morgen Internet Hashtag GMI T-Shirts gewonnen haben. Und ich muss auch sagen, ich trage die echt gerne. Die sind nämlich echt kuschelig. Ich hab immer noch keins. Aber das ist auch normal. Ja, weil ich alle deine geklaut hab. Du hast die nicht mitgenommen. Hier die Gewinner, herzlichen Glückwunsch. Danke schön fürs Mitmachen. Danke schön auch an die anderen, die vielleicht jetzt nichts bekommen haben. Aber wir haben noch vieles anderes, was hier im Studio rumsteht. Und wenn die Sendung abgesetzt wird, könnt ihr euch das alles mitnehmen. Nein, Quatsch. Die wird hier abgesetzt. Nee, war ein Witz. Nein, ist alles gut. Jetzt chillt mal alle. Arbeitsplätze. Ah, hinter der Kamera. Deswegen alles ist okay. Wir ziehen es durch, Leute. Und trotzdem holen wir alles hier raus am Ende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ng